Durch den Ukraine-Krieg wurden Teile des Landes komplett zerstört. Milliardäre und Megabanken könnten Abhilfe schaffen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy hat sich in New York mit führenden Finanziers getroffen. Ziel des Treffens war es, über den Wiederaufbau der vom Ukraine-Krieg zerrütteten Ukraine zu diskutieren, berichtet CNN. Das Treffen wurde von der größten Bank des Landes, JP Morgan, ausgerichtet. Zu den Teilnehmern gehörten der Ex-Google-CEO Erk Schmidt, Milliardär Michael Bloomberg und Robert Kraft, Besitzer der New England Patriots. Auch die Milliardäre Bill Ackman und Barry Sternlicht waren am Start. Gespräche mit Finanzgiganten rund um Ukraine-Krieg Vor dem Treffen hatte Zelenskyy ein Gespräch mit Larry Fink, CEO von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter. Auch sie diskutierten Möglichkeiten zur Anziehung privater US-Investitionen. Zelenskys Besuch in den USA wird heute durch ein geplantes Treffen mit Präsident Joe Biden abgerundet. Auch hier soll es um die US-Hilfe für die Ukraine gehen. Seit Beginn des russischen Einmarsches im Februar 2022 hat die USA bereits mehr als 75 Milliarden Dollar an Unterstützung bereitgestellt. Ausrichtung auf Investitionsprojekte Bereits im Februar hatte Zelenskyy hochrangige Mitglieder von JP Morgan getroffen. Schon damals wurde über die Schaffung einer Plattform zur Anziehung privaten Kapitals für den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Zelenskyy legte besonderen Wert auf Investitionsprojekte in den Bereichen grüne Energie, IT und Agrartechnologien. JP Morgan fungiert als Finanzberater Zelenskys, um privates Kapital für einen neuen Investmentfonds zu gewinnen. Auch hier Sinn und Zweck, die Wiederherstellung der durch den Krieg zerstörten Infrastruktur der Ukraine. Vielen Dank.